Ja, hallo nochmal. Ja, jetzt hatte ich gerade erst gestern ein Video hochgeladen. Demokratieangst. Ja. Und schon, ja direkt nach dem Hochladen ist das Ding eigentlich gar nicht mehr aktuell. Die Demokratieangst hat gesiegt. Super. Super. Weiße Fahnen aus Athen, schreibt der Spiegel. Themenseite hier, Finanzkrise in Griechenland. Ja, Griechenland hat eingelenkt. Es wird eine Notregierung gebildet. Es wird alles so gemacht, wie die kompetenten G20 Menschen da beschließen werden. Weil das kann ja echt nicht angehen, dass man über so wichtige wirtschaftliche Fragen das Volk entscheiden lässt. Nee, nee, nee. Schöne neue Welt. Aber euch trotzdem noch einen schönen Tag.